Oben, aber ich kann ja nicht markieren, scheiße. Der ist da oben im Wald drin. Wenn das ein NPC ist, dann werden die anderen wahrscheinlich auch da irgendwo rumgeheilen. Das ist halt mies auf der Karte. Das ist so mies, ohne Witz. Und wenn die dich einmal sehen, dann ballern die auch durch die Bäume durch und du siehst die nicht mal. Seh'n Spieler? Wo? Dort irgendwo? Ah, nicht Spieler, aber NPC vermutlich. Markier mal? Hab markiert, ja. Alter, der ist Zombie. Ist der so nah oder ist es nur das wieder random Geräusch? Weiß ich nicht. Der seht den 2 da unten. Ich hab keinen Schalter auf der Piste. Mal nicht schießen, der nähert sich. NPC? Könnte aber auch ein Spieler sein, so wie der sich gerade nähert. Nee, ist ein NPC. Ich hab freies, ne, freies Schussfeld. Das wäre noch. Dann schieß, Uwe. Ich nehme den rechten. Genau in dem Moment duckt es sich. Jo, nice. Okay, das war jetzt einer. Deine Gewichtverglaubt noch mal einer. Ich bin mir sicher, ob ich den getroffen habe. Also einen hatte ich mit Geräusch. Also Zombies von hinten. Helikopter. Der fliegt zur Base wahrscheinlich. Der ist voll hoch. So hoch fliegt er nicht. Der hält, oder? Ja. Der landet. Wenn der jetzt hier landet, schieß ihn raus. Fahrzeug ist abgeschlossen. Habt ihr das Fahrzeug gesehen? Was für ein Fahrzeug? Unseres. Der landet direkt hier irgendwo. Ja, lass den mal, lass den mal. Der ist ja bemutig. Also da hat ich das Schussfeld auch drin. Ja, wenn du schießen kannst, schieß. Erst wenn der Motor aus ist. Jo, wir haben Helikopter. Der konnte nicht zuschließen. Unmöglich. Vielleicht, äh, was machen wir? Ähm, jo, gönnt ihr, hätte ich gesagt. Hätte ich auch gesagt. Geh hin und fliegt schnell zum Trailer, oder? Ja, verkauft oder direkt. Sind Zombies hinter uns? Diese scheiß Geräusche, machst du kirre. Mal nach den NPCs, ne? Soll ich den schon looten? Ja, loote den auf jeden Fall, ja. Lad alles. Alter. Falls ihr mich beschützen könnt von Zombies, äh, tut es. Alles so buggy auf den scheiß. Ja, keine Zombies bei dir bis jetzt. Der hat. Ich nehm nur seine Waffe mit, sonst steht er nicht groß. Alter, der, äh, jetzt hab ich ne. 80 Brille, sehr schön. Wer hat nen Rucksack? Boah, der Rucksack ist nice, den musst du mitnehmen. Ja, ja, ich weiß, ich weiß, was den hab ich klein gepackt. Du kannst auch deinen Rucksack in den Helikopter stecken. Weil. Ja, sonst lasst's zum Trader jetzt zurück. Ja, dann hör mal auf. Ja, dann können wir jetzt noch. Und Zermaken müssen wir zurückfahren und den Helikopter. Ja, jetzt kann man da stehen lassen. Ist nichts drin. Doch, Waffen drin. Ja, dann fein mal, schenken wir den anderen, fahren mal zurück. Wo ist unser Helikopter? Ich weiß, ich wollte ihn gelandet haben. Ah, stimmt, nein, ist okay. Ja, dann verkaufen wir den auch. Dann können wir da wieder kaufen. Ist Helikopter offen? Müsst du offen sein, oder? So schnell konnte er nicht abschließen. Ey, diese verfickte Stau. Wie weit ist denn bis zur Base, dann fahre ich mit dem Quad auch noch zurück. Ja, kann schon mal. 1,97 Kilometer, das geht noch. Ja, fahre ich mit dem Quad. Gibt auch noch mal 1.000. Ja, ich fahre jetzt auf dem Fall. Ja. Alter, der hat sich ja auch gedacht, was für Knechte. Alle binden in der Pantwand, drei rausgeschossen. Ja gut, Alter, was tut der halt so nah an dem Ding landen. Wäre der NPC da gewesen, hätte es auch nicht bis dahin geschafft. Ja. Ah, der Heli, der müsste jetzt auch noch mal richtig gut Asche geben. Hä, wo ist denn so ein Hubschrauber? Nee, oder? Ah, warte mal, warte mal, warte mal. Verkauf kurzes Quad. Den haben wir da vorne außerhalb der Safe Zone gelandet, oder? Was? Ah, der Nice, ist das jetzt wieder Buggy, oder was? Sehr nice, Buggy. Fällt, ich throw things away 12. Und dann ist der Helikopter weg, aber ich habe die Kohle nicht. Das müsste ich sagen, dass der das irgendwie ändern muss. Ich muss aber das Geld weggeben. Jetzt muss wieder anhören, die Minuten warten. Ich habe die Klappe einfach zu gucken. Ich habe die Klappe auf den Maul, okay? Hahaha.